So, da bin ich auch wieder. Kaum ist Zeit vergangen. Benutzt die B-Bushaltestelle. Frisch eingekleidet machen wir uns natürlich ans Werk und fahren zurück zu Edna, für die wir natürlich Sachen eingekauft haben. Moment, kann ich nicht bei Roadcrash? Ah, fuck. Das will ich unbedingt jetzt machen. Das möchte ich. Tut mir leid. Schlampe! Okay, oh, jetzt... Oh, oh, oh. Shit, die sind hinter mir her. Oh, 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 oh. Hopp. Äh, Schulbus. So, ich nehme den Schulbus nach Hause. Es sind doch super viele Gäste drin. Also, Schüler. Oh, der ist ja so voll. Ich muss ja stehen, glaube ich. Hä? Ach so. Kehre mit den Sachen zu Edna zurück. Oh, Scheiße. Nein! Nein! Hat er mich. Fuck. Ey, liegt das an meinen Klamotten? Nee. Oh, was ist denn das? Gummiband. Hm. Habe ich jetzt die Mission? Einkaufen in letzter Minute. Nein! Muss ich das wieder machen? Oh, sag bitte nicht, dass das wahr ist. Ach, Scheiße, ey. Wo muss ich das nochmal machen? Ah, fuck. Ja, super. Okay, da verschwenden wir keine Zeit jetzt. Weg damit. Eingekauft und alles haben wir. Also, die Schule schließt um 19 Uhr. Danach hier zu sein gilt als unerlaubtes Betreten. Ja, ja. Schön für euch. So, ich muss... Was ist denn Weg? So. So, Edna ist super geiles Megabike. So, ab in die Schule. Guck mal, ich bin schnell mit dem Fahrrad als er mit dem Auto. Erinnert mich ein bisschen an Golden Boy. Treten, 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 treten. So, hier links ist der Yummy-Markt. Da gehen wir gleich mal das Fleisch abholen. Und, hopp. So. Nein. So. Ja, ja. Ruhig da hinten. So. Moment, habe ich die Pralinen und alles eigentlich noch? Nein. Sämtliche Items wurden mir bei der Festnahme... Ah, so. Danke dir sehr viel. Ja, kein Problem. So, gegenüber ist gleich... Äh, hier der Rasierer. Zack, eine neue Frisur brauchen wir nicht. Ähm, da ist das Fahrrad. So, jetzt noch die schmutzige Wäsche und dann ab zur Schule. Die eigentlich geschlossen hat, aber wenn wir uns dann einschleichen, dann... Dann, das geht das schon... Nein! Oh, Gott. So. Ah, fuck. So, den Wäschersack haben wir. Geh mal bitte weg, man. Aber ich will auch einen Anzug irgendwie. Benutze die Bushaltestelle, um schnell zur Schule zurückzukommen. Ach, komm. Das bisschen schaffen wir. Komm. Ist auch gut für die Gesundheit. Kein Problem. Ja, ja. Hup, so viel du willst. Hä, 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 hä. Hä, mit einer... Mit einer supergeilen... Oha! 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 Ja, die Oma macht erstmal voll Handbremse. Ey, fuck. Sind die genau so schnell wie ich, oder wie? Nee. Wo sind denn überall diese Aufsichtspersonen? Sag mal, habt ihr es noch alle? Ich will doch nur in die Schule zurück. So. Jetzt kurz abwarten. Okay, jetzt können wir wieder. Oh, Mist. Das hat jetzt ganz schön Zeit gekostet. Da ist der Fette. Peter Griffin. Ja, ich bin schneller. Oha, die Dicke auf dem Fahrrad. So, erstmal schön mit dem Rad hier durch. Die Treppen hoch. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Schaffen wir es? Schaffen wir es? Yeah! Das ist doch geil. So. Jetzt sind die Schule natürlich unerlaubt. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Scheiße! Ah, okay. Er hat uns nicht gesehen. Hey! Du hast besser das Fleisch kurz benutzt. Der Klerk sagt, es ist am Mittwoch. Nassau! Es gibt keine füllen Mütter, die voll arbeiten. Es wird für ein Monat gelaufen. Mhm. Okay. Damit hätten wir auch... Du hast es geschaut. Belohnen 15 Dollar. Also ich finde, wir sehen cool aus. Ja, Billy sieht mal irgendwie cool aus. Obwohl dieses eine Hemd da schon ziemlich cool war. Gefiel mir auch superbombengeil. Äh, kleine... ...Gemeinheiten. Kleine Gemein... Machen wir... ...Charakterbögen. Da hab ich jetzt Bock. Da hab ich jetzt richtig Bock auf das. So. Hier raus. Oh. Oh, oh. Äh, wie springt man nochmal? Ein Fall... No! Ja! No! Was? What the fuck? Ah, Mist! Okay, ich bin entkommen anscheinend. Irgendwas ist zu Bruch gegangen. Ich weiß es nicht. So. Was ist da vorne? Ach, ist auch egal eigentlich. Wir müssen sowieso alle Missionen... ...machen. Hä? War das hier nicht gerade eben... ...kleine Gemeinheiten. Kleine Gemeinheiten. Ja, anscheinend kann ich... ...diese eine Mission nur in bestimmten Zeiten machen. Brauchen wir eigentlich Schlaf? Na, ne. Wer braucht den Schlaf? Wir sind ein... ...erfahrener Schüler an einer hochbegabten Schule. Hochbegabte Schule hier. Das ist... ...super. Ah! So, hier kann ich jetzt... Was ist das hier? Wo ist denn das? Beutel murmeln. Es ist, glaube ich, hier bei dem Alten wieder. Bei diesem Penner. Der bringt uns wahrscheinlich neue Kampftechniken bei. Ein bisschen Hilfe 2. Da müssen wir wieder irgendwas... ...vergessen hast. Ah, okay. Wo habe ich das Ding her? Das war nur was ich wollte. Das war meine Lieblingskomponition. Halte. Was? Ah, oh, das ist cool. Zack. Zack. Das gefällt mir. So, was hast du noch für uns? Nichts mehr? Okay. Damit hätten wir auch das erledigt. So, jetzt müssen wir dorthin. Ne, wo ist denn das? Wie gucke ich nochmal die Map? Oh Gott, da hinten? Da hinten ist das. In der Stadt. Äh, Moment. Wieso kann ich das nicht bewegen? Das kotzt mich grad. Zoom kann ich nur. Aber ich kann die Karte nicht bewegen. Ah, wat'n Scheiß. So. Da hinten ist das. Oh Gott, das ist ja ziemlich weit entfernt. Aber die Stadt ist, äh, schon gewaltig. Groß. So. Da hinten ist das. Äh, nee. Soll ich da hin? Ja, komm. Eine kleine Gemeinheit machen wir. Schaffe ich das? Nee, in diesem Part schaffen wir das wahrscheinlich nicht mehr. Höchstens nur da hin zu kommen. Äh, schön mit dem Skateboard über die Straßen vom Bullworth. Herrlich. Mh. Nachts. Ich tue nachts. Komm, übers Auto. Wow. Nicht übers Auto, aber knapp. Die ganzen Symbole und die ganzen Läden muss ich mir noch irgendwie merken. Ah, die Oma. Kann ich kein Fahrrad klauen oder so? Ah, da ist jemand. Nee, er will irgendeine Mission. Will ich aber nicht. So. Ach, hier. Hier kann ich ein Fahrrad kaufen. In Anführungszeichen. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Fahrrad. So. A la GTA-Style machen wir das Ganze hier. Oh. Ist das ein Vergnügungspark? Yay. Ein Vergnügungspark. Geil. 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 So, ich will aber kein Ticket zahlen. Kann ich da nicht so rüber? Nee, anscheinend nicht. Ach. Okay, ein Dollar. Ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Äh. Sperrstunden. Ach so. Hä, wieso kann ich da jetzt nicht durch? Ach so, Eingang, Ausgang. Ja, streitet euch ruhig. Ich kann schon mal feiern gehen. So, da vorne. Das ist cool. Boah, das sieht hier richtig fett aus. Muss ich ehrlich zugeben. So, hier ist die Mission Kleine Gemeinheit. Und bei der machen wir dann im nächsten Part weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Lubu. Euer Lubu.